Hallo ihr Lieben, vor kurzem sind wir auf die Verteidigungsteams eingegangen und zeitgleich haben wir auch diese Grafik zu den Angriffe-Teams veröffentlicht und diese wollen wir heute besprechen. Falls dir solche Videos von uns gefallen, lasst uns ein Like oder ein Abo da. Je mehr Reaktionen und Feedbacks wir bekommen, desto mehr können wir euch den Content bieten, den ihr euch wünscht. Wir stellen dir 15 Teams vor, die sich im Angriff bewährt haben. Wie auch im letzten Video wird es keine Einstufung nach Wertigkeit des Teams im Verhältnis zu den anderen geben. Alle grünen Teams in den Verteidigungs- und Angriffsempfehlungen kannst du ausnahmslos nachbauen. Bei den rot markierten Teams wiederholen sich Charaktere oder gesamte Teams. Diese können dadurch nicht 1 zu 1 übernommen werden. Als erstes die Infinity Watch. Mit Adam Warlock ist dieses Team ein Alleskiller. Wir haben im Verteidigungsvideo darauf aufmerksam gemacht, dass man dieses Team sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung einteilen kann. Ihr solltet das von der Strategie eurer Allianz und eurem Ausrüstungsstand der einzelnen Charaktere abhängig machen. Auf unserem Discord-Server findest du eine Infografik zu diesem und vielen weiteren Teams. Das zweite Team heute ist ein Mix-Team. Silver Surfer, Jojo, Black Bolt und Castville. Der fünfte Charakter kann Crystal, Nick Fury, Söldner-Leutnant, Wino, Captain Marvel oder Miss Marvel sein. Hier empfiehlt es sich, es davon abhängig zu machen, wie stark die genannten Charaktere sind und natürlich auch, wie sie in anderen Teams genutzt werden. Dieses Team ist ein Top-Meat-Helden-Konter. Wir haben dazu schon ein World Journal-Video aufgenommen. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Das X-Faktor-Team kann mit Skolgol, Jojo, Namor, Minerva oder Wino ergänzt werden. Mit Namor im Team hast du einen sehr starken Konter für die Marodeure. Durch den Speed von Longshot und Shutterstar ist die Truppe aber auch gegen Teams mit Doom sehr gut geeignet. Die Black Order sind noch immer ein Top-Angriffsteam. Zum Beispiel schlägst du damit andere Black Order-Teams und Marodeure auch mit hohen Punch-Ups. Das Shadowland-Team. Moon Knight und Wild Tiger sind die VIPs in diesem Team. Die Überarbeitung der Nachtschwester hat dieses Team wohl zu einem der stärksten Angriffsteams im Spiel gemacht. Es sind hohe Punch-Ups gegen Heroes for Hire, Marodeure und Doom-Teams möglich. Bei dem Team kann man sagen, je mehr K4, desto besser die Punch-Ups. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsteam, die X-Force. Hier wurden ein paar vorher sehr schwache Charaktere wie Deadpool und Cable endlich aufgewertet, dass sie in keinem Krieg mehr wegzudenken sind. X-23 und Domino bringen aber den eigentlichen Spaßfaktor. Das Team kann Fähigkeitenblock, Zerrütten und Heilblockade in den ersten drei Angriffen setzen. Domino macht Deadpool unsterblich, solange sie am Leben ist. Und Cable entfernt alle Buffs beim Gegner und verteilt im eigenen Team Konter. Deadpool als stärksten Charakter im Team zu haben, ist vom großen Vorteil. Viele Attacken gehen auf den Char mit dem höchsten Schaden. Hier sind Punch-Ups gegen Marodeure, Sinister Six mit Doc Ock, Asgardianer, Young Avengers, The Avengers, das Pymtech-Team und S.H.I.E.L.D. in allen Variationen möglich. Sogar Inhumans mit Silversurfer können geschlagen werden. Die unglaublichen X-Men. Leider hat das Team mit Caswell massiv an Stärke eingebüßt, denn Dark Phoenix geht an ihre passive Fähigkeit oft verloren. Wenn Caswell aber nicht im gegnerischen Team ist, kann eine starke Phoenix hohe Punch-Up möglich machen. Und dann kommen wir auch direkt zu den erstaunlichen X-Men oder auch die X-Men genannt. Mit Jubilee hat das Team einen legendären Dynamo, der Tempo ans gesamte Team gibt und auf der Basisfähigkeit Gegner bleiben kann. Sie kann mit ihrer Special-Debuffs auf alle Gegner von einem mit diesem Angriff getöteten Charakter verteilen und mit ihrer Ultimate einen Gegner betäuben. Bishop als einer der stärksten Tanks, Kitty mit ihrer Fähigkeit die Zerrütten verteilt, Iceman, der für den Flächenschaden sorgt und Beast, der schließlich negative Effekte umwandelt, runden das Team perfekt ab. Kurz gesagt, dieses Team kann alles. In den Wails gibt es noch zusätzliche Boni. Hier reden wir von Rons Lieblingsteam. Schon vor Release von Jubilee schwärmte er von dem gigantischen Potenzial des Teams. Im Krieg nimmt das Team eigentlich alles auseinander, was zuverlässig Beschwörungen produziert. Asgardianer mit Hela, Sinister Six mit Dog Org, Shield mit Nick Fury. Aber man kann sich auch an die Young Avengers, Maraudeure, die Fantastic Four und sogar die Black Order Rangwagen und verheerenden Schaden anrichten. Die Symbionten sind bei den meisten durch die Raubzüge und der dunklen Dimension sehr stark gepusht. Kontern kann man mit ihnen hervorragend die Defender, Wakanda, die Guardians, Asgardianer, Shield in allen Variationen, außer Achtung, in der Sicherheit, wenn Keswe dabei ist, sollte man lieber vorsichtig sein. Und natürlich auch andere Symbionten. Einzige Voraussetzung ist hierbei eigentlich die passive Fähigkeit von Carnage. Mit der Speed ans gesamte Team gegeben wird, wenn ein Gegner unter 25% Leben fällt. Die Übernatürlichen sind ein Team für Fortgeschrittene. Solltest du dieses Team vollständig haben und eventuell ein paar hohe Red Stars, ist das Team mit ein wenig Übung ein absolutes Kriegs-Must-Have. Ein Teammitglied der Übernatürlichen erhält durch Dr. Strange 10% Tempoleiste. Er selbst erhält Parieren immer dann, wenn ein Gegner einen positiven Effekt erhält. Strange kann außerdem heilen und wiederbeleben. Er wandelt alle positiven Effekte auf den Gegner in Negative um und schwächt den Gegner mit Minus-Offensive. Mordo ist mit seinen Kontrollfähigkeiten wie Blind, Betäuben und Heilblockade sogar von vielen Spielern für DD4 auf G15 gepusht worden. Scarlet Witch bringt das Leben der Truppe auf einen Level, verteilt Debuffs und verteilt und verlängert diese auf gegnerischen Zielen. Der Ghost Rider hat mit seiner Rache-Geist-Passiven einen hohen Schadensausstoß und versorgt das Team mit Energie. Er kann sich zudem auch hervorragend selbst am Leben halten. Elsa Bloodstone soll den Schaden des Teams maximieren und ist die perfekte Antwort auf Charaktere, die ständig ausweichen. Scarlet oder Elsa können auch gut durch eine starke Hele ausgetauscht werden. Ihr erledigt mit ein wenig Übung und guter Ausrüstung die Sinister Six mit Doc Ock, Shield, Marodeure, die Avengers, die Young Avengers, die Asgardianer oder das Pymtech-Team. Wenn du die Phantastischen Vier nicht in der Verteidigung hast, eignen sie sich besonders gut als Konter gegen die Phantastischen Vier mit She-Hike. Die Fackel kann bei Bedarf durch Ultron ausgetauscht werden. So sind Punch-Up gegen die Marodeure möglich. Auch gegen die Inhumans ist ein ausgeglichener Kampf schaffbar. Auch das Power-Armor-Team kann mit Ultron ergänzt werden, wenn Iron Man rausfliegt. Aber auch mit Ultimus funktioniert dieses Team sehr gut. So kann der Kampf gegen die Marodeure funktionieren. Ohne Ultron oder Ultimus, aber auch sehr gut gegen die Technover und die Young Avengers. So langsam werden die Teams rot. Die Bruderschaft. Wenn du dieses Team nicht mit Doom kombinieren kannst oder auch willst, nehme das Team lieber in den Angriff. Punch-Ups sind zwar seltener möglich, aber dadurch, dass dieses Team auch gut farmbar ist, kann das Team stark sein. Diese Hydra-Kombi hatte ich schon am letzten Video erwähnt und es ist ein weiterer Miethelden-Konter. Wir haben das Team rot markiert, weil wir Red Skull und seine Minions in der Verteidigung haben. Aber genau deshalb haben wir mehr als 8 gute Verteidigungsteams vorgeschlagen und auch hier mehr als die benötigten 12 Teams. Unser letztes Team für heute ist das Skilletary Team. Wir haben sie eher in der Verteidigung, aber sie eignen sich auch für den Angriff gegen die Söldner, Young Avengers und mit kleinen Punchdown auch gegen die Avengers. Und das waren die Teams, die wir für den Angriff empfehlen können. Habt ihr noch ein bestimmtes Team oder eine Kombi, die ihr für den Angriff nutzt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.